ein hallo und herzlich willkommen zurück zu prototype so es geht weiter kontrollpunkt erreicht und ein heli cool na vor den flüchten wir gleich mal beziehungsweise wir müssen da ganz 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 nach vorne hin zu dem blauen fall also scheiß mal auf den heli und ja part 1 war gar nicht so wirklich der anfang part 1 war mehr so ein ja wie soll man es nennen ein intro ein tutorial ja mehr ein tutorial bei ein intro wegen ja ja wir haben noch gar nichts freigeschaltet jetzt grad wir haben jetzt ein auto um ja was ich meine mit freigeschaltet wir können auch gar nicht schweben wir können gar nichts also können null tabulator mit zielen das kennen wir ja schon ziehen wir mal und dann bewegen wir die maus mit dem ziel wechseln gut dann kriegst jetzt ein auto vom kopf kollega viel spaß das hätten wir gut was gibt es noch zu sagen genau ich werde versuchen die ganzen parts so zehn bis 14 min lang zu machen also so wie ist es bei assassin's greed versucht habe was mir leider immer wieder irgendwie missglückt wurde naja der mal gucken ich habe jetzt vielleicht schaffe ich es vielleicht schaffe ich es ja bei prototype so da kommen zwei dies wir haben jetzt mehrere objekte die können wir aufgeben und die haben wir mal den helis vorm kopf viel spaß damit kollega so da wären noch eines moment du bist auch noch gleich dein fressen viel spaß es kann be happening der hat mich schon so genannt diese asie so habe ich mich nicht habe ich nicht wir sind ich über 10 auf neben aus Verzehren Das können wir auch schon, habe ich ja schon mit Part 1 erklärt, von wegen Gesundheit auffrischen und so Jojo, mit E greifen und rechne Maustaste zum Verzehren, aber klar, kennen wir schon, kennen wir schon Was, Report? Ich gebe gleich einen Report Wo ist der Target? Das steht genau vor dir Halt mich runter! Freaking Goose-stepping, motherfuckers! Du kissst deine Mutter mit diesem Mund? Roger, 2215 Christopher Street, Apartment 15A, gottet Saddle up, du hast ein CP, move it! My sister He knew where she is I know where she is I need to find her Baina Wir haben jetzt gerade so gesehen, sein Gehirn Hopefully, sie wird mir etwas sagen, nichts Genommen, mehr oder weniger Also, wir kennen jetzt seine Gedanken und so Alles mögliche, was sein Gehirn drin hatte Und ja Jetzt wissen wir auch, wo unsere Schwester Dana Und zu dir gehen wir doch gleich mal Gehen wir kurz mal besuchen Wo ist der nächste Blumenladen? Bringen wir noch ein bisschen Blumen mit Blut sich dich auch freuen Lass mich mal vorbeischauen Aber klar So, und die Dana, wo ist die denn? Die ist gar nicht so weit entfernt Wir sind ja eigentlich schon gleich da Mensch, du bist ja super Dana, Dana, Dana Du alte Sau, du Ich bin gleich da Daddy ist gleich zu Hause Pass mal auf Machen wir schon mal Was zu essen Soldaten Wenn sie wissen, wer ich bin Dann wissen sie wahrscheinlich, wer sie ist Ich muss nach einem guten Sichtpunkt Und schrauben die Region Okay, jetzt müssen wir da rüber Zu den anderen Haus Das ist ja super Ja, dann wollen wir mal so Jawoll Und da sind wir schon da Sie wissen, ich komme Ich muss das denken Ich habe das auch eine Dank so Gut, gut tarnen Erst neben der Minikarte Befindet sich deine Tarnanzeigen mit einer Verschluss Wenn der Verschluss offen ist, wirst du vom Gegner gesehen Okay, wenn er Offen ist, wird man gesehen Wenn er geschlossen ist, bist du unsichtbar Das ist aber super Jeder Aktion, die deine wahre Identität Offenbart, füllt deine Tarnanzeige Ist es ganz gefüllt, deine Tarnung gefährdet Okay, klar. Okay, und wenn wir, wenn es alles rot ist, dann sind wir ganz schön im Arsch. Gut, dann müssen wir schnell weg und, ja, bis sich das wieder alles beruhigt hat. Gut, gut. Ach, jetzt, so, tarnen kann man auf zwei. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wo kann man nochmal tarnen, aber jetzt wurde es mir gesagt und danke, danke, danke. Das wollte ich eigentlich nur wissen, wo man sich tarnen kann. Gut, auf der zwei. Jetzt sind wir ein Soldat. So, dann wollen wir mal da rein. Keiner schöpft Verdacht oder so, also, tschüss. Geh weg von mir! Dana! Ich kann dich nicht wehren. Ich brauche deine Hilfe. Jesus. Ich wusste, was 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 going on at Gentech. Was the hell happened to you, Alex? Ich habe das ganze Zeit überlegt, das ganze Organisation für Wochenende. Ich war auf den Augen zu holen, um dich zu holen. Don't you remember you wanted to find out what was going on at the highest levels at jet tech anything about the director of research do you Are you okay? Do you know what happened? I Haven't even seen you in five years not until you show up at my door last month Is there somewhere we can go yeah, I know place So come in it's a it's a friend's place. They're gone for a year Patagonia or something Any idea what this all means no, but I'm gonna find out I mean this is a story of the century So somebody's gonna know what the fuck is going on here, you know They were waiting for me at my place. So Most definitely yours Where do I live? They're you'll be here when I get back It's best you stay put the problem come in the city for both of us Yeah Here Mission komplett das ist auch super So gleich mal den nix ansteuern So gleich mal den nix ansteuern So gleich mal den nix ansteuern They're gonna be waiting for me Okay Okay They think they're in control But they have no idea what I'm capable of Ja, aber klar, Alex, ähm, wir gehen gleich mal zu unser Apartment Genau Besuchen wir mal kurz mal unser Apartment Mal gucken, vielleicht nehmen wir kurz mal was mit oder so Vielleicht schnell was essen oder so Muss ja mal sein Wir stürzen erstmal schön in die Tiefe Und wie man sieht, gibt's kein Fallschaden Ist aber super Prototype Genau So Unser Apartment ist hoffe ich mal nicht so weit weg Denn Ja Wir haben doch keine Zeit Genau Unser Apartment soll anscheinend neben irgendwie so ein Park sein War jedenfalls auf der Karte so angezeigt Mal gucken, ob's stimmt Das ist wahrscheinlich der Park Und dann müssen wir doch gleich in der Nähe sein, oder? Oder, oder, oder? Kann das vielleicht sein? Kann das vielleicht möglich sein? Mal gucken Da war grad ein Kopfauto Scheiß drauf Einfach mal rüberspringen Machen wir, Jungs Doch Da ist das Apartment glaube ich schon Oder? Ja Doch Die Anzeige war doch richtig Cool Ich dachte, die haben da irgendwas zu einfach hingekritzelt oder so Also den Entwickler aber haben sie richtig gemacht Gut Gut, gut Dann sind wir auch gleich da bei unserem Apartment Und mal gucken, was da ja gleich mal für eine Party steigt Ich bin gespannt So Anscheinend ist da irgendwie gar keine Party Soll mir recht sein Home Mein Home Target ist in dem Geburt Target ist hot, light it up nhưng ich bin fett sind sie ist Genau sie sie Ja, das ist bei uns! Oh, verdammt! Das ist bei uns! Die Gegner kann ein Schlagteam rufen und greifen dich an, zerstöre den Feind bevor er die Schlagteam rufen. Oh verdammt! Oh verdammt, jetzt steigt die Party oder was? Na dann beim Auffauen! Was? Schlagteam! Der Gegner kann ein Schlagteam rufen. Diese sind sehr schnell verfolgen und greifen dich an, zerstöre den Feind bevor er die Schlagteam rufen kann. Nur so kannst du ihren... Achso, wenn er so ein Symbol hat, okay, dann ruft er so eine Schlagteams. Also seine Brüder. Gut. Nein, 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 nein. Du rufst hin, deine scheiß Schlagteams. Kannst du total knicken. Nein, 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 nein. Nix Position hier. Kannst vergessen. Kannst du total abhacken. Sind alle jetzt tot? Ne, da liegt noch einer. Jetzt sind alle tot. Tarnen. So. Alpha Charlie, die adviesene Nighthawk ist en route zu den Extractionpunkt. Rendezvous an der Evac-Primary, Norden-Edge des Parkes. Red Ground aus. Gut, gut, dann mal ab zum Pfeil hin. Komm, go, 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 go. Hab ich schon mal gesagt, go, go me go. Ich hab gar nicht mehr so viel Zeit, also jetzt muss ich mich mal ein bisschen beeilen, ey, wir sind schon bei zwölf Minuten. Und ja, dauert nicht mehr lang, bis 15 Minuten, also, mal gucken, ob ich es schaffe. Ich bin gespannt. Ich muss ihn rauslaufen, wie denn? Okay, wir müssen ihn ja rauslotsen, wie denn? Achso, Radio, alles sauber, gut. Jetzt ist er schon mal draußen, was sollen wir jetzt mit ihm machen? Sollen wir den verzehren, oder? Ich glaube schon, ne? Ja, 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 verzehren. Einfach mal raufhauen. Dr., try to keep the discussion high-level. Wir müssen wissen, was wir dealing mit auf dem Grund. Its effect is variable. When it does manifest, it makes the Idaho strain look like the common cold. I don't need to remind you, gentlemen, how close we came to the point of no return in Idaho. Mercer's body is a bomb, filled with this weaponized pathogen waiting to go off. And now it's loose in the city. Bring it in, no matter what it takes. I'd say dead or alive, but I'm not sure if those classifications fit Alex Mercer any longer. Was geht denn jetzt? Ja, ja, will ich nicht. Jeder Knoten, ich drehe dir auch gleich einen Knoten. Ranke, nee, lass mich ruhe, Ranke. Dieser Knoten, eine Erinnerung, okay. Spielerinnerung, nee, will ich eigentlich gar nicht die Erinnerung spielen, aber meinetwegen. Drücke Eingabe, um den Film zu überspringen. Ja, ich will den überspringen. Achso, das war der, okay. Also können wir da unsere ganzen Erinnerungen wieder nochmal durchgucken. Die ganzen Minifilme, die wir da sammeln. Ich kann sehen, was er sah und weiß, was er wusste. So, dann wollen wir mal weg von hier. Denn da geht ganz schön die Party ab, also, nö. Kein Bock auf die Party. Können sie alleine machen. 82, schnall hier weg. Und tarnen. Und damit hätten wir es geschafft. Mission komplett perfekt. So, und weiter. So, dann. Ich habe dort gearbeitet. Ich hatte Dana zu investigieren, ihre Operation. Und dann war es Blackwatch. Whatever hat mich verändert hat, habe ich meine Vergangenheit. Muss haben wir dort angefangen. Ich dachte, wenn ich herausführe, wer die Gentech läuft, bevor Blackwatch sie auch herausführe, kann ich meine Vergangenheit herausfinden. Was glaubst du dir das? Antworten. Ich wollte herausfinden, was mir passiert. Die Grund. jemanden zu schuldigen, jemanden zu schuldigen. Ich erzähle dir die Wahrheit, ich hätte nie gedacht, dass ich sie finden würde. Ich wünschte, dass ich sie nie hatte. Mein Gott, also, dann bis zum nächsten Ball... Ball? Ball? Was? Ball? Ne. Bis zum nächsten Part und dann tschüüüü.